Wir haben hier einen Ausschnitt von deiner Synchro-Karriere. Jo Mann, kannst du mir kurz ein Wasser rübergeben, verdammte Scheiße? Magst du Pizza Ananas? Nee. Aber warte. Ich glaube, ich wäre voll die gute Synchronstimme. Gib mir mal ein paar Sätze, Chat. Alter, mein Po juckt voll. Der geht voll ab, Mann. Ich bin ein schlechter Streamer. Uke, ich bin dein Vater. Digger Hakan. Ich habe Hunger. Wobei, doch nicht. Oh Mann, Alter. Ich weiß es doch nicht. Gib mir da mal etwas Wasser rüber, verdammte Scheiße. Mein Name ist Optimus Prime. Ey Mann, hat mir die Elfbars geklaut?